Oh, ein bisschen wir killen ohne Ende. Wo wollen wir anfangen? Wir könnten beim Top of the Worlds auch rein. Das ist eine schöne große Location. Und da einfach mal die Augen offen halten. Da ist ja auch so eine Art Plaza. Das könnte gefährlich werden. Ohne Powerrüstung. Hier schon mal ein bisschen gucken. Na, na. Hier war eine Heftchens-Location. Hier um die Ecke. Auf dem Fass, ne? Haben wir Glück? Nee, auf diesem Fass. Nee, diesem Tisch. Den meine ich. Na, sag ich doch. Dankeschön. Und Rezept nehme ich auch immer mit. Ja, cool. Dankeschön. Rad X. Lecker, lecker. Hier auf dem Fass könnte auch mal was sein. Aber ist gerade nicht der Fall. Und hier drinnen. Bei einem Doppelbett. Oh, hier. Genau. Hier ist noch ein Heftchen. Hier gibt es echt viele Heftchen. Und da drüben bei einer Ruine. Bei dieser hier. Könnte eine Wackelkopfpuppe liegen. Zack. Zack. Bei dem Altar, ne? Oder noch ein Heft. So war es. Oh mein Gott. Plötzlich Hefte ohne Ende. Wir waren alle sehr überrascht. Aber vorsichtig. Nichts, dass wir da hingerafft werden. Irgendwas war noch bei einem Doppelbett. Vielleicht irre ich mich da jetzt gerade. Ist hier zufällig Abraxo? Nein. Besen. Nein, ihr Ferkel, ihr. Womit macht ihr dann sauber? Ich wusste es. Mal kurz hier durchpürschen. Nein, 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 nein. Lampe. Kein Besen. Nur Schier. Hey. Ist auch gut. Lampe wieder aus. Ah. Spritze. Das hätte übel enden können. Zack. Ähm. Ne. Leider nicht. Weder noch. Da kommen aber noch ein paar Hütten da drüben. Da könnte noch was sein. Die müssen doch ein Badezimmer oder so haben. Vielleicht in einem Bunker. Richtig. Stimmt. Da müssen die ja alles auch nah an einem Ort haben. Wir checken das Hotel. Sind das keine menschlichen Gegner, die verbrannten? Die waren aber... Oh. Die waren aber mal Menschen. Wir hatten keinen Schrott mehr dabei. Aber ich wäre schon ganz gerne wieder richtig blute. Ich plopp. Oh. Das war zu viel des Guten. Gestalten wir es doch noch ein bisschen thrilliger, oder? Was hältst du davon, Jimmy? Warte mal. Ich konnte ihn nicht anvisieren. Warum auch immer. Und warum bin ich nicht komplett gesättigt und gesittigt? Das gibt es ja nicht. Kaugummi rein. Ja. Fühle ich mich gleich viel, viel besserer. Jetzt muss ich auch noch ein Schloss knacken. Frechheit. Mhm. Na. So. Rennen ins Kabuff. Küche. Küche. Kein Abraxo. Kein Besen. Leere Milchflasche. Braue ich nicht. Braue ich nicht. Nein, nein, nein. Ist ja ganz furchtbar hier. Also wirklich. Da drüben sind die Hütten, die ich gemeint habe. Lampe wieder aus. Diese Hütten. Da könnte was sein. Aber wir müssen infiltrieren. Schleichen. Ein schleichender Kommandosoldat sind wir. Übel. Tödlich. Zucker nehmen wir mit. Abraxo. Oh ja. Abraxo. Wir sind fast durch. Schade. Noch eine Packung. Ich dachte, das wäre es schon. So kann man sich irren. Besen. 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 Und Abraxo. Aber wir hatten Glück. Ne. Die Mod braue ich nicht. Aber das Stimpfack lasse ich nicht liegen. Zack. Na. Du Flummi, du. Wir haben dir die Haut von deinem Endoskelettschädel geschossen. Aber nicht den Kopf. Den haben wir dir nicht abgetrennt. Das war nur die Haut. Strahlenschlägerei. Da gibt es kein Abraxo. Das brauche ich jetzt nicht. Mach mal auf hier. Block. Ula. M-m-m-m-m-m-m. Abraxo. Eine Köche. Da. Okay. Cool. Dankeschön. Abgeschlossen. Und nun. Nur noch Besen. Besen oder Endos. Oh. Haben wir den Rucksack? Haben wir den Rucksack bekommen? Eine Sekunde. Das müssen wir überprüfen. Haben wir einen neuen Rucksack bekommen? Events. Ja. Den Rucksack haben wir. Der ist relevant gewesen. Und die Waschmaschine gibt es erst ab Woche zwei. Schließe Woche eins und Woche zwei Challenges. Das ab. Tja. Zwei Stück. Also gibt es da auch noch eine zweite Woche. Die wichtig ist. Aber wir wollen trotzdem hier das Event vernünftig zu Ende spielen. Für Lynchboxen kann man auch nie genug haben. Aber Besen, Mann. Wo kriegen wir denn jetzt Besen hier? Ja. Echt übel. Na. Hier noch irgendwo wer? Hm-mm. Schleichender Kommandosoldat. Dürfen wir nicht vergessen. Rinder in die gute Stube. Überfall. Block. Buratte. Jetzt sogar mit Licht. Ah. Besen. 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 Drei sogar nur. Habe ich jetzt gerade erst realisiert. Splittergranate. Nimm mit. Kondensator. Brauche ich nicht. Wir gehen noch rüber. Zur Galerie erkaufen. Warum steht das Bett hier eigentlich draußen? Was stimmt denn mit euch nicht? Ihr Konsorten. Ihr. Na. Na. Ne. Nur drei Besen. Das kriegen wir alles hin. Wir müssen nur zusammenhalten. So Top of the World oder Galeria Kaufhof. Top of the World ist ja gleich um die Ecke. Da werden wir bestimmt fündig. Let's do this. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Ah. Ah. Hier ist ja alles voll. Nicht, dass wir wieder ungewollt drauf gehen. Wobei. Wer will schon gewollt drauf gehen? Naja. So. Fast schon eine philosophische Frage. Aber nur fast. Ne. Nein. Nein. Kein Besen. Schade. Haben wir alles abgecleart, würde ich sagen. Rüber. Top of the World. Waren wir schon 100 Jahre nicht mehr drin. Ist ja doch irgendwo wer. Mh. Na gut. Rinder. Ist eine echt feine Location. Eins ist unten. Also da sind wir gerade. Wir wollen in die zwei. Oh oh. Lampe aus. Ein schleichender Kommandosoldat. Wir müssen in den äußeren Bereich. Nicht. Ansonsten können wir hier von jeder Seite aus attackiert werden. Block. Na. Zack. Du Ratte. Du. Du da hinten auch. Und du. Und du. Und du. Und du. Wir brauchen mehr AP. Wir sollten. Ich glaube ein Besuch hat hier schlürfen. Kurz hier in Deckung gehen. Besuch hat hier. Sag ich doch. Haben wir ja mehr als genug. Zack. Und dann. Noch eine Twist. Ja. Das ist gut. Und ein Bonbon. Einfach nur weil er da ist. Sie kommen. Sie kommen. Sie wollen uns holen. Aber sie werden uns nicht finden. Niemand wird uns finden. Guck mal. Hier wird es doch irgendwo. Hauswirtschaftskram geben. Und die Reinigungskräfte müssen doch auch hier irgendwie mit Besen gearbeitet haben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wir suchen auch. Theoretisch suchen wir auch Eimer. Weil wenn ein Eimer da ist. Dann ist der Besen oft nicht weit weg. Nicht fern. Da hinten. Na. 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 Aber ein perfektes Kuchilein. Nimmt man natürlich auch mit. Wenn wir es kriegen. Die Premium Variante aus dem Automaten. Na ja. Gut. Beim nächsten Mal. Hallo. Hallo. Klopp. Klopp. Über jeden Zweifel erhaben. Aber kein Besen. Da vorne sind wieder Skier. Da hinten ist noch einer. Aber er ist gerade so weit weg. ist aber auch alles voll hier. Eimer. Aber Emaille Eimer. Kein Putzeimer. Mann, Mann, Mann. Du lebst ja noch. Das sollten wir schnell ändern. Kein Besen. Kein Besen. Zack, 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 zack. Na komm schon. Das ist ja jurt, Mensch. Hm. Sieht nicht gut aus. Wir werden gleich innen nochmal lang gehen. Hier hatten wir den Spaß angefangen gehabt. Ne. Ja. Oder so. Ne. Nicht ganz. Aber. Ah. Nein. Hier waren wir doch noch nicht. Lock. Weg mit dir. Alles voll. Falls wir mal wieder Verbrannte brauchen. Ne. Nur mal so am Rande. Hier gibt es auch mega viel. Und aller Wahrscheinlichkeit nach sogar instanziert. Wisst ihr? Abraxe ist durch. Könnte es hier sicherlich auch geben. Aber Besen. Aber Besen. Hm. Keine Besen. Nur was Bramen hier drinnen. Das verstößt doch gegen die Hygieneauflagen. Das müssen wir direkt melden. Das sollten wir überprüfen lassen. Hier hatten wir angefangen gehabt. Ich gehe nochmal in die Mitte. Besen. Hier vielleicht. Muni. Ne mit. Zumindest ein paar Patronen. Ultrazit. Na gut. Da machen wir erstmal was anderes. Tagesquest. Menschliche Gegner oder Events. Wobei. Stimmt genau. Strahlenschlägerei. Da können wir noch ganz kurz dran teilnehmen. Völlige dergut. Keine schlechte Option. Es wird auch schon fleißig geballert. Bin ich im richtigen Loadout? Ja. Sind wir. Drogen, Kaffee, Ballistowork. Action. Uh. Irgendwie hat das Event richtig gespielt. Große Respekt und Bewunderung. Ultrazitmoni nachher nicht vergessen. Ganz wichtig. Na los. Ballert sie alle nieder. Ist da noch einer? Nein. Da ist keiner mehr. Uh. Da. Weggehauen. Und hier ebenfalls. Schande. Stimmt. Ist ein nices Event. Wir brauchen legendär. Gut. Ein für allemal. Für mehr Module. Aber vielleicht sparen wir die auch erstmal. nochmal. Der Kremierer wird sowieso genervt. Ist schon angekündigt worden. Zack. 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 Lock. Ja. Hm. Dann sparen wir die Module für die neue Rüstung. Die soll auch nicht verkehrt sein. Habe ich gehört. Das ist keine Powerrüstung. Aber die gibt es dann. Nachdem wir die Storyinhalte und die Nebenaufgaben von Atlantic City fertig gespielt haben. Da gibt es dann alle Pläne. Tod von oben. Oh. Come on. Echt jetzt. Ist das wirklich nice. Könnte man natürlich auch gut gebrauchen. die Fluchse für eine eventuelle Ultrazit-Muni-Herstellung. 2 Minuten 40. Was ist es denn? Ist es Al? Oder ist es die Mordi Mutti? Aber wer hat denn bitte da die Bombe platziert? Oh. Achso. Dann gehen wir von da rein. Von Außenposten Delta. Ja. Da bräuchte es Camp aber nicht platzieren. Warum brennt denn der so? Die ganze Zeit? Das ist ja cool. Das sieht ja aus wie bei Dark Souls 3. Da gab es auch so einen Effekt. Wenn man das nun so geglüht hat. So halb gebrannt hat die ganze Zeit. Also da auf jeden Fall. Das gilt vielleicht auch für andere From-Software-Spiele. Aber da möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Das nur am Rande. Oh. Cool. Wir gucken gleich nochmal durch. Na. Na. Und flupp. Hallo, hallo, hallo. Ihr dürft ja nicht rumhängen. Sonst kommen die da nicht. Aber hier kommt doch einer. Hey, 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 hey. Wetzmodus. Bitte nicht enttäuschen jetzt. Zack. Kaffee und Kuchen. Und Cola. Luca Cola Quantum. Okay. Da drüben. Nein. Nein, nein, nein. Oh, Dich noch. Wahnsinn, ey. Was hier abgeht schon wieder? Übel. Einfach nur noch übel. Krank, Mann. Aber irgendwie auch sehr, sehr, sehr nice. Die Fallout 76 Action. Also Action geladen, da wird es kaum noch vorbei. Es gibt auch andere Events, die sehr Action geladen sind. Ich mag T-Terror. Mag ich wirklich sehr das Event. Es ist ein schönes Sniperino Event. Und die könnten natürlich ein paar Gegner mehr kommen. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Danke schön. Vielen, vielen Dank für Amerika. Und jetzt noch Legendärgut und ein bisschen Munition. Da kommt doch keiner mehr. Alles wird gut. Hier sag ich doch. Und Ultrazit, Muni. Nicht alles mitnehmen. Wir haben genug radioaktives Material. Wir müssten ein bisschen mit dem Stash managen. Leuchten ist Blut. Naja. Kann man gut verkaufen. Ich gehe mal auf die andere Seite. Springmesser. Naja, Scheine halt. Na, hallo. Hallo, hallo, hallo. Und warum bin ich eigentlich nicht in einem Team? Weil sie alle voll sind. Außer dieses hier. Ich gehe zur Nurse. Nurse Chambly. Hallo. Kann ich nicht. Wollt er gerade nicht. Erst nachdem ich eine schriftliche Einladung rausgeschickt hatte. Oh, ist doch ein kolossales Problem gewesen. Offensichtlich war die Einschlagszone bei der Mutti ein bisschen veraltet. Ich bin nicht ganz aktuell. Ist durch, ne? Ja, es reicht. Es reicht. So schade. Ja, gut. Na, dann halt nicht, ne? Dann nicht. Es wäre auch ein Event. Da könnte man Schrauben fahren, wenn man möchte. Aber wollen wir das erstmal nicht. Dann verkrüppeln wir erstmal ein paar Protectrons. Oh, da ist schon einer. Naja, das können wir auch in Watoga machen. Gegen wehrlose Protectrons. Auch wenn das wiederum moralisch fragwürdig ist. Aber was willst du machen, ne? Es keppt halt wie es keppt. Den Kram verticken. Weg, 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 weg. Und Rüstung. Ebenfalls. Weg, weg. Weg, Besen. Hier vielleicht. Ja, stimmt. Wenn wir schon mal hier sind. In der Schule. Da könnte ich mir auch gut Besen vorstellen. Hast du zufällig Besen im Angebot? Das wäre toll. Besen, Besen, Besen. Nein. Nein. Federn, Beton, ballistische Faser. Dankeschön. Aber nein. Dankeschön. Erstmal die Protectrons. Im richtigen Loadout. Genug sollten hier sein. Die Straßen sind voll mit denen. Wir können hier auch mal ganz kurz im Super-Duper-Markt vorbeigucken. Hallo, hallo, hallo. Arme, ne? Arme, Arme. Richtig. Okay. Warte mal. Zack. 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 Hat gereicht. Sehr schön. Das freut mir. Das smed mir. Achso, wir müssen generell auch Roboter erledigen. Na gut. Dann machen wir die ganze Tour. Ein für allemal. Oder auch nee. Wir machen was anderes mit Robotern. Das haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Und das ist einfach mal viel interessanter. Aber nun checken wir erstmal den Super-Duper-Markt bezüglich der Besen. Oh, ich... Oh, warte. Ich werde gerade angerufen. Wow. Erst der Anruf. Und jetzt auch noch Aliens aus dem All. Ganz kurz checken, ob es hier eventuell Besen gibt. Irgendwo hier. In den Gängen. Nein. Draußen. Hätte ja sein können. Verkaufen tut er keine. Hier wäre auch ein bisschen Seife. Aber mit Seife sind wir schon durch. Schande. Oh, ein Besen. Ich habe Glück. Und Recht gehabt. Aber ich poche jetzt nicht darauf. So. Die Aliens bitte. Doch diesmal in einer Power-Rüstung. Lock. Oh, wie schön. Und den letzten Besen finden wir auch noch. Doch nun erstmal Angreifer aus dem All. Ein für allemal. Mit Hallo, Holly, Feuer. Ja. Es könnte sonst zu gefährlich werden. Wobei ein kleines Red Away Light können wir schon nehmen. Im Entstrahlen-Loadout natürlich. Red Away Light. Mit nur halb so viel an Kalorien. Zack. Und rüber geballert. Das wäre auch das dritte Event. Ja, perfekt. Sind wir schon dabei? Geht es schon los? Untersuche das Alien-Gerät. Wir warten noch, bis alle da sind. Mit Klopp-Klopp. Oder Hallo, Holly, Feuer. Das ist jetzt die Frage. Auf Besucher.de sind wir noch. Nee, komm. Wir nehmen mal Dumballistobock und ballern ein bisschen mit Klopp-Klopp rum. Sind hier schon Gegner? Noch nicht. Aber... Achso, er hat die Roboter abgeschossen gehabt. Sag das doch. Na ihr, ihr Schlawiner, Plock. Wir zimmern euch alle nieder. Wir warten. Auf alle anderen. Komm schon. Es können noch viel mehr daran teilnehmen. Wir wollen alle die neuen Blueprints. Und bei euch war alles klar. Wie geht's? Oh, da ist doch schon ein Alien. Schicke Rüstung. Die gibt es auch gerade im Atom-Shop. Das ist die doch, ne? Ich glaube schon. Aber erstmal bin ich social awkward. Ganz kurz nur ein bisschen. Noch drei Minuten. Genug Zeit, um nochmal in den Atom-Shop zu gehen. Die lila, ne Alien-Rüstung. Irgendwas mit Flatwood. Hier. Flatwood-Monster-Paket. Da ist er mit dabei. Mit Figürchen. Aber nein. Nein, danke. Hier war sie aber auch noch separat. Hey. Hey. Achso, mit der Maus. Sag das doch. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Ist gut. Ist gut. Es geht los. Action. Und Likes erwähnen. Das mache ich immer so ungern. Aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback. Und zwar von euch. . 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 Bis zum nächsten Mal.